Hallo und herzlich willkommen zu Outlast 2 Part 11 Und ich muss nochmal kurz zum See rennen So, da sind wir Und direkt nach diesem Video hier werde ich ein weiteres Outlast Video machen, aber das wird eher informativ Denn mir wurde gesagt Denn mir wurde gesagt, wenn man dieses tut Hoppala Dies hier tut Und hier nun hineingeht Und dann ein weiteres Mal auf Keine Ahnung, irgendwas drückt Ich weiß gar nicht wie Auswählen mit linker Maustaste Dann kann man sich wohl die Sachen angucken Und Hoppala Moment, Moment Den sich den Text anzeigen lassen Und dann kann man das auch alles ein bisschen besser lesen Und man soll wohl, hoppala Alles geil, vielleicht untersteuerung hier Wie ihr seht Er scheint wohl auch irgendwas darüber zu labern Was einiges der Geschichte preisgibt Das heißt, wie gesagt Das nächste Video wird dann ein sehr informatives Video Das heißt, falls euch das nicht interessiert Einfach überspringen Aber jetzt kommt die zweite Erneuerung Ich werde jetzt erstmal eine Stunde spielen Weil viele Leute gesagt haben Es ist zu schnell vorbei Es ist voll doof so Das kann man sich ja gar nicht angucken Und ich fand das dann auch voll doof Weil ich gesehen habe, dass die anderen Leute alle schon fertig sind Und ich dann natürlich doch irgendwie wieder der Let's bin Was ich in den zukünftigen Horror Oder generell Let's Play Videos irgendwie durchziehen werde Insofern es möglich für mich ist Weil ich habe nicht immer eine Stunde Zeit Aber ja 15 Minuten sind Tatsache ein bisschen zu wenig Was ist wichtig? Sag es mir Okay, was habe ich jetzt verpasst? Er hat zwei Sekunden aufgenommen Und dann abgebrochen Toll, danke Okay, what the fuck Mond Hübscher Mond, fertig So Äh, was wollte ich sagen? Ja, bei 15 Minuten sind es halt Ich weiß nicht Für mich sind es teilweise auch anstrengend Weil ich muss eh rendern Beziehungsweise bearbeiten Dann kann ich auch eine Stunde Video bearbeiten Dann habe ich mehr was von Als wenn ich einfach nur 15 Minuten mache Und das viermal am Tag Dann mache ich das lieber einmal Und dann habe ich das hinter mir Und dann habe ich immer noch Zeit für was anderes Muss ich da rüberspringen? Das sieht aus wie eine Krippe Äh, aua Wie viele Verbände habe ich eigentlich? Zwei Okay Nur gut Ich habe gehört, ich soll öfter mit der Kamera durchgegenlaufen Weil einige Leute wohl Ach komm Jedes Mal wenn es so aussieht, es könnte stylisch werden Muss da außen rum glättern Äh, weil ich gehört, ob das einige Leute wohl Probleme mit, äh, der Helligkeit haben Was mir jetzt persönlich gar nicht so auffällt Weil es ist anscheinend relativ hellen PC Ich habe auch einen hellen PC, ja Aber Bezogen war es jetzt auf dem Bildschirm Nicht die Blutspur Lieber Keine Ahnung Den Strand Okay Äh Das sind Steine, Junge Was, was hast du da gerade auf Okay, Sound Also er meinte, er macht keinen Schritt ins Wasser Da lasse ich mich natürlich nicht drauf ein Ich hasse Wasser Okay Ich hatte ein bisschen gehofft, wir können zumindest sehen, was uns tötet Aber nein, aber es sah sehr verdächtig nach dem 4 aus der Schule aus Und wenn so ein Sound kommt, da weiß man immer schon, ey, du bist gleich tot So, vielleicht haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit Ach nee Das mit dem Mond hat sich ja schon erledigt, leider Du brauchst ja seltsame Geräusche So, hallo Hier ist kaputtes Boot, natürlich Was hier auch hätte sonst sein sollen Ein richtiges, ein benutztbares Boot Ha Das ist ein Scheiß Okay Nur gut Ähm, dann Ja, dann weiß ich aber nicht ganz genau, wo sie jetzt hingerannt sind Okay Ich muss sehr viele Dinge erstmal als gegebenheit hinnehmen Und erst im Nachhinein erkenne ich, was eigentlich Sache ist Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass zwei Leute einfach weggerannt sind Wenn ich es finde, kehrt sofort zurück zum Tablet Gate und sagt Papa Knott, dass hier schreckliche und Qualen sind Mein Glauben an Gott prüfen Männer allein können sich denen nicht stellen Der Feind wartet dort in der Dunkelheit Gott rette meine Seele und deine Okay Äh, schätzen wir sie meinen Oder er oder was auch immer meint, dass Vieh was im Wasser ist Weil wirklich so aussehen wie alle anderen Viecher Tats jetzt nicht Wie gesagt, ich fand es halt sehr aus, noch dem Vieh aus der Schule Aber ich kann mich auch geirrt haben Ich weiß nicht genau So, seid ihr hier lang? Junge, Junge, ich sehe gar nichts Das ist wieder eine Hülle Toll, ich mag Hüllen Da kommt man immer zur Schule Ah Ah, bla Ja, mach ich nachher Alter, wo ist der Ausgang? Gefühlt habe ich mich gerade fünfmal im Kreis gedreht und den Ausgang nicht gefunden Gut Das erklärt jetzt aber leider nicht so ganz genau, wo ich hin muss Hätte ich gesagt Da auf die Insel werde ich wohl nicht müssen Was denn? Was? Was? Was siehst du immer, was ich nicht sehe? Kannst du mir das mal erklären? Rede mit mir Nur so ein bisschen Was zur Hölle? Oh, was war das? Hm Scheiße Kacke Ja, red doch Sag was los ist So, wer ist die zum Floß benutzen? Super, da habe ich ja richtig Bock drauf Wir wissen ja, dass der See total sicher ist Alter, wir haben das schnellste Floß der Welt Wo müssen wir denn hin? Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt Nur mit dem Paddel wir mal erstmal, bis wir irgendwo eine Anlegestelle vielleicht finden oder vielleicht auch nicht Oder müssen wir einfach über den See rüber Ah, der Mond ist schon schön Alter, ist das Ding empfindlich Meine Fresse Yay, Nebel Damit wir auch gar nichts mehr sehen Super Oh, klasse Oh, klasse Geräusche irgendwo im Wasser Ich freue mich, ja Ist nicht wirklich darauf angelegt, dass wir irgendwo ankommen, oder? Gott, ich heiße Wasser Was los? Was passiert? Okay, wir schwimmen zum Licht Möchtest du das aufnehmen? Die fucking Angst Die fucking Angst Die fucking Angst Oh man Oh man Nein, nee, nee, nee Ich brauche deine Hilfe nicht Das geht auch alles ohne Ja, komm, komm, komm Okay, super Weiter geht's Was mich so aufregt, ist Der Typ Ich meine Ich hatte noch locker 5 Sekunden Zeit, um die Fische aufzunehmen Aber er hat es einfach nicht getan Er hat mittendrin aufgebrochen Und hat gesagt Toll Guck mal, da kommt eine Fälle Na, hätte er den Scheiß auch erst zu Ende aufnehmen können Das hasse ich so ein bisschen an dem Spiel Übrigens habe ich gerade den Verdacht Ich hatte euch ja glaube ich schon mal davon erzählt Dass ich denke Dass der Typ in der Klinik von Outlast 1 ist Noch bevor Outlast 1 stattgefunden hat Und Er eigentlich psychisch nicht mehr ganz stabil ist Dass das Vieh jetzt gerade gesagt hat Lass mich dir helfen Bringt mich irgendwie zu der Erkenntnis, dass er der Doktor ist Und wir den natürlich als böses Monster sehen Ist aber nur meine Meinung Keine Ahnung So, gibt es hier irgendwas, das wir aufnehmen möchten Nee, einfach nur eine Strömung Nicht die Steine Bist du hier sicher? Alter, wo paddelst du hin? Mehr, mehr entgegen Mehr entgegen Mehr entgegen Na gut Ich dachte gerade Der Baum hätte sich bewegt Okay, super Das wirkt ein bisschen nach Oder auch nicht Achso, wir stecken fest Ah Shit Fuck, come on Where are you at it? Ist das der Bruder von dem anderen, der auf den Großen gesessen hat? Echt, das konnte ich erkennen? Wie konntest du das erkennen? Okay Also mein momentan Nachstand ist halt Folgen, ja Jessica war in der Schule Mit uns beiden zusammen Also Lynn und mir Keine Ahnung, wie ich eigentlich heiße Hans, Hubert, Knut, Peter Pan Und Wir sind daran schuld, dass Lynn Quatsch, Jessica tot ist Er nimmt halt nicht einfach alles auf Nein, er nimmt einfach nur auf wie da die ganzen Leichen sind Ja toll Ja, also wir sind Waren in der Schule Waren daran schuld, dass Jessica irgendwann Selbstmord begangen hat Zumindest jetzt mein Stand Und daraufhin sind wir in die Heilandsteig gekommen Und wir haben eben ein Problem mit Christen Ein ziemlich heftiges Ich meine, ich habe auch ein Problem mit Christen Aber so manifestiert sich das dann bei mir doch nicht So, wollen wir das auch noch aufnehmen? Weil, nein Okay Nicht alles ist wichtig, offensichtlich Gott, ich hasse dieses Boot Kannst du schneller gehen? Oder könntest du noch langsamer werden? Ich brauche ja schon allein eine Stunde dafür, um mit diesem Boot zu fahren Hau rein Aber irgendwo, wo Strömung ist, kommt doch irgendwann ein Wasserfall, oder nicht? Schmeißt du die nächsten runter? Nee Ah, hier kommt, um halt so Hallo zu sagen Okay Damit komme ich klar Die Wissungskomitee sind voll toll Was ist los, Mann? Ich sehe aber keinen Ich höre viel, aber ich sehe wenig So, wir machen nachts Sicht mal kurz wieder aus Aber das Ding hält erstaunlich viel dafür, dass es nur aus Fünf Planken zusammengebaut ist Oh, oh, na da ist schlecht Hey, wir sind wieder am Land Aber Atmet er jetzt? Oh, nein Ein Baum stammt, um sich zu verstecken Um sie alle zu knechten Okay Wir verstecken uns erstmal Ich weiß nicht, ich höre Geräusche, aber ich bin mir nicht sicher Aber wo Ah Irgendwann wird Okay Ach, guck mal, ein Zettelchen Kapitelbla Okay Da bin ich mir übrigens nicht sicher, ob ich wirklich die Kapitelscheiße lesen will So, hier muss es ja irgendwo einen Weg lang geben Wer atmet denn da? Hallo Kommen wir hier zufälligerweise hoch? Nein Okay, dann müssen wir den Weg wo wieder zurück Oder keine Ahnung So viel Platz zum Freilaufen haben wir jetzt hier nicht Hui Okay, das sieht richtig aus Oh, Mann War das richtig? Ich sehe es nämlich nicht Wo denn? Was? Ja, bitte, bitte, bitte Selbst in dem kleinsten Typ Verspeckt sich irgendwo ein kleines Monster, das sich in die Tiefen zieht Das ist schön Okay Okay Ich bin noch nicht tot Okay, der Räume ist in der Dumpel Okay Ich kann es so machen Aber okay, bevor wir springen, gucken wir erstmal, wo das scheißflos ist Wo denn? Nicht tot, Alter So viel zu Nachtsicht Äh Gott, hier wohnt Gollum Motherfucking No Und dann wurden ja auch noch Kannibale Ein kannibalischer Kolum Okay So, wir sind Sind wir jetzt hier, wo der Typ die ganze Zeit geatmet hat? Kann das sein? Ach, das ist wieder wichtig Okay, Entschuldigung Mittlerweile erachte ich einfach um die engen Körper nicht mehr als so wichtig Aber Das wurde meine Meinung So, von hier kommen wir Wir sind jetzt einmal ausgedrückt Okay Da drüben ist das Floß Da müssen wir hin Hier müssen wir runter Ah, Baumstamm Ja Okay Okay Supi Äh Hopp 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 Okay, keiner hinter uns Love set us free Sagte der Mann, der gehanden wurde Ist das wichtig? Nein Der sieht aber auch nicht mehr so richtig gut aus, oder? Okay, wollen wir das hier irgendwie nicht? Auch nicht Okay Ich find's interessant, was er so altes interessant findet Und was nicht, vor allem Geh auf zum Floß Los geht's Während die kleinen Männchen hinter uns her sind Irgendwo Die Viecher klingt wie die Zombies aus Left 4 Dead Das macht mich ein bisschen kürzer gerade Äh, Aua Okay Achso, wir können ja nicht paddeln und Und glotzen Ja, toll Gehen wir das Ding nochmal irgendwie Oh mein Gott Ich hab das auch Jedes Fahrzeug, das ich finde Ob in GTA oder sonst irgendjemandem Spiel Ich hab's immer irgendwo festzusetzen Ich mein, hier hab ich's wieder rausgekriegt, glücklicherweise Aber Das Glück hab ich nicht immer Hey, hey, hey Nix spannendes soweit Oh, da hast du eine Hilfe Wollen wir vielleicht mal anlegen Und, nein Ah, ja, frage Das hab ich gesehen Alter, was hat der für ein Sprunggeling Okay Okay, es sind mindestens drei Offensichtlich Denk ich zumindest Könntest du links abbiegen Links Links Ich find manche Laufanimationen sehr interessant Rechts Rechts Hey Wozu kann ich eigentlich nach links und rechts paddeln Wenn das gut macht, was es will Ja, jetzt kommt der Wasserfall Nee, immer noch nicht Okay, ich hab ein Surferrett Wo denn? Naja, ein Kind passiert ja auch nicht direkt, nachdem man gefickt hat Da vergehen schon einige Monate Das hast du schon gut verstanden Ja, hattest du den vor neun Monaten so mal schnick schnack so ein bisschen Und dann kommt der Antichrist Oh, gleich der erste Versuch Und direkt der Antichrist Na, super So könnten wir jetzt mal bitte irgendwo anlegen Ach, das Boot macht mich fertig Wollen wir noch langsamer paddeln, vielleicht Ja, willst du irgendwo rauf oder so? Au, 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 hä? Ich hab nicht mal die Todesanimation gesehen Okay, wo ist es auch immer Ja, wo muss ich hin? Nicht alle Immer zur Leiter Ja, cool Ich seh den gesehen Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss Also ich schätze mal, wir sind wieder in der Schule Okay Alle zizi bisi Bis jetzt, warum ich Wasser hasse Ja, das Da wird man auf jeden Fall sauber von Hallo Ich habe das Gefühl, das Klo ist verstopft Ich werde die andere Kabine benutzen Ja, die sieht normal dreckig aus Wunderbar Hier können wir uns verstecken Hier ist Exit Exit ist aber nie ein Exit Genau Das ist übrigens noch so eine Sache, die ich hasse Neben Wasser Toiletten Es gibt nichts Schlimmeres als Toiletten Außer Wasser Okay 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 Okay, da kommt man da Oh, bitte Tür, lass es offen sein War das jetzt richtig oder falsch Oh Mann Okay Okay Super Ja, danke Wenn ich das mal sofort, wenn es geht Obwohl, ist das so eine gute Idee, dich schön zuzumachen Ich wollte gerade noch was sagen Ich habe es gerade schon wieder Boah, diese Kamera Aber ich habe es gerade schon wieder vergessen Voll lauter Wecker, ne? Äh Okay Wenn diese Dinger auch nochmal aufgelöst Weil ich bin zu blöd, um sowas zu lösen Völlig gesagt Also wenn wir das nicht überstanden haben Wollen wir auf jeden Fall eine neue Kamera Immer noch blockiert Na gut Rennen wir halt aus Was soll der Schmuh Hier rein Nope Ist das schon mal der Jahr von oben Was geht denn da lang Ja stimmt, ich fand es genau Ich fand es gerade ein bisschen erstaunlich Dass ich mich für die Tür entschieden habe Wo Licht drin war Und es war sogar die richtige Du weißt doch gar nicht wo du bist Könnte schwer werden Nein Ich sehe dich so viel Nein Natürlich in den dunklen Gang Was sonst Ey, wir sind wieder in echtem Wild Wenn ich jetzt wieder runtergehe Hier ist der Übergang, ne? Ja, die Sache Ah, cool gemacht Hallo, wie darf ich bei der Nachtruhe stören? Heute niemanden? Na gut Okay Warte mal, regnet es gerade Blut? Scheiße Die Apokalypse ist echt am Kommen Na gut Dann wollen wir hier hoch Und da hoch Und Achso, der Regen ist wichtig Okay, ja Wunderbar Das Ding ist Obwohl, so sehe ich doch ein bisschen mehr Okay Okay Ich habe nichts Aber mittlerweile kommt alles Zombies Antichrist Blut Alter, die Tür ist fast schon aufgegangen Hast du mich verarschen? Drück halt ein bisschen kräftiger Ja, immer dir nach Der sieht gesund aus Gebst du noch's? Nee Na gut Alter, ich sehe aber auch ein Shit, ey Ach Was gab es denn noch? Ich bin mir gerade nicht sicher Die vier apokalyptischen Reiter Untote werden wieder lebendig Blutender Regen Das Sound Ja, aber sonst Was passiert bei der Apokalypse? Ich meine Ich habe Supernatural geguckt Aber ich weiß es leider nicht mehr ganz genau Hi Buddy Ach, wer könnte das nur sein? Ach, diese liebliche Stimme erkenne ich doch überall wieder Ach, ja Ja, warte Ich dachte, du wärst einer von den Christen Warum bist du bei den Kätzern? Das finde ich verwirrt Oder bist du etwa ein Omnipotent Gläubiger? Okay, das sieht gut aus Irgendwas, was du aufnehmen möchtest? Nein Okay Hallo Schnubbi, nubbi Wo bist du denn? Ich fühle mich gerade auf dem Steg ziemlich sicher Ich höre irgendwelche Geräusche Oh, okay Haken sind immer super Eraser, lass grüßen Schnubbi Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist Versteck dich nicht Es gibt nur eine Frau Deren Stimme ich auf Meilenweit erkennen würde Okay, offensichtlich stimmt der nicht direkt vor meinen Augen Das muss man auch nicht Oh, ich bin wieder in der Schule Okay Ah, der Tierprojektor Wunderbar Der nicht hilfreich ist, wo er auf Das hat schon Bei der Musik weiß ich immer nicht so ganz genau Was sieht ja sowas oder nicht Brauche ich nicht Kann ich mich heilen? Nein, brauche ich nicht Okay, na klar Okay, noch mehr PC Ja, ist ja okay Nicht random Computerraum Ich weiß Kein Essen, kein Trinken Ich habe das alles schon selber durch Alles gut Ich mache es aber trotzdem Weil ich ein Arschloch bin So Hi Jessica Bist du da? Hi Es funktioniert So seltsam Ich kann dich da drüben tippen sehen Dreh dich um Das war zu erwarten Nachdem sie gesagt hat Sie kann mich hier tippen sehen Das war es, mehr gibt es nicht Moment Mit Linne habe ich auch geschrieben Familie habe ich keine Ne, zwei Aber die sind gerade nicht online Und sonst Coworker habe ich gar keine Buddies Habe ich sechs Hey, ich habe sechs Freunde Immerhin, das ist mehr Als ich ihm zugetraut hätte Hallo Noch irgendwas los hier? Ne Das komplette Duster nicht Ist hier noch irgendwas? Oh Gott, ich hasse diese Kamera in der Schule Nee, kann ich dich bewegen? Nein Okay Faith, God, Joy, Parish, Nation, Family, Vocation, Community Okay Community Idee Hier rein Nope Komm ich nicht von da Ich glaube ja Okay, so muss ich noch irgendwas machen Was soll ich denn hier machen? Soll ich mich an Jessicas PC setzen? Scheint so Ich kann nicht sehen Läuft Party Na schaffen wir es diese zehn Sekunden aufzuziehen? Oder werden es wieder nur acht Alter, jetzt nimmt er aber auch extrem lange auf 15 Sekunden Wow Für ein paar flackernde PC-Bildschirme Super Das brauchen wir Wir können dann sind wir ja wieder hier Darf ich hier raus? Nein Okay, also wieder den Monster in die Arme Warum auch nicht? Klingt nach einer super Idee Kann ich nicht mehr nachladen? Lade doch nach Ich hätte jetzt vorzeitig nachgeladen Blablabla Blablabla Okay, sie geht ins Jungs-Klo Okay Das ist halt nicht so, als wären wir da schon drin gewesen Nicht, dass sie sich selber in die Toilette stopft Können wir hier rein, damit wir runtergehen können? Nein, okay Ach, das ist mir aufgefallen Danke Jessica, warte Ich muss dir noch zuwinken Okay Bin ich jetzt mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen? Oder was passiert? Okay Entschuldigung, ich bin zu spät losgelaufen Mich hat das Mich hat das Waber nur sehr fasziniert Lass die Zeit beim Tür aufmachen Okay Und was ist hinter uns? Ja Okay, das Tier kann keine Türen benutzen Also verschlossen Okay Ich muss sagen, ich find's sehr verwirrend Ich weiß immer nicht, wo ich hin muss Mann Blöde Tür Geh doch einmal auf Okay Ähm Ja, ehrlich gesagt, hab ich keine Ahnung Das Monster macht das für uns Läuft Ey, schon wieder Wasser Super Ich bin begessen Guckt ihr mir jetzt zu, wie ich hier lang laufe? Na gut Der war ja toll Okay, ich könnte mich verstecken, aber ich seh grad noch nicht die Relevanz dazu Jetzt höre ich vielleicht die Relevanz dazu Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher Ein Zettel Darf ich mal kurz? Danke Kapitel bla von Hübbebe Okay Dann hier dann Also ich find's immer sehr zwiegespalten Also einerseits find ich die Nacht sich da natürlich irgendwie ganz gut Weil man dann mehr sieht Aber irgendwie find ich auch ziemlich scheiße, weil auf Entfernung alles verschwommen ist Was eher fokuslastig an der Kamera liegt, aber das ist egal Weil kacke find ich's trotzdem Ähm Okay, kann hier irgendjemand kommen oder so? Es gibt so viele Verstecke Aber im ganzen Spiel, die einfach nie relevant sind Oh ja Tolle Sache Woher beißt du das? Muss aber die scheiß Tür auf ist Okay, ja, ich bin tot Ach, da wird's nicht jetzt nicht drunter verstecken Naja, bitte nicht Können wir irgendwo raus, bevor wir sterben? Ey, das erinnert mich sehr an Outlast 1 How, da wird's nicht drunter? Nein hundred HüFF Okay, ich hab's nicht drunter of die Setz dich Arr, arr. Wer das aber auch einfach... Achso, ich bin gefahren. Wer das aber auch einfach nicht aufnehmen will. Kannst du mich mal durchlassen? Kannst du mal durchspringen? Wie er sich lieber von hinten eine reinhauen lässt, anstatt irgendwas zu machen. Was ist ein Vogel? Wollen wir zuerst durchs Fenster? Nein. Achso, wir können das Ding verschieben. Sieht nach einer guten Idee aus. Denke ich. Keine Ahnung. Also wenn ich es nicht besser bist, würde ich sagen, wir sind kurz vor Ende. Einfach nur, weil es in letzter Zeit so vieles hin und her schwappt hier. So schon gar nicht mehr richtig hinterherkommen kann. So, hier ist es uns. So. Gehen wir zum Licht? Wir gehen zum Licht. Gehen wir die Dunkelheit? Nein, röhnt nicht. Okay. Oh, ganz viele Jessica ist hier rumhängen. Oh, das nimmt ja 15 Sekunden lang auf, ey. Oh. Oh, danke. Das meine ich. Jetzt wird mir das erst angezeigt, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Ich bin der Meinung, dass das nie irgendwie eine Möglichkeit war. Okay, danke. Das hat mir nichts gebracht. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass er mir das nie vorher gesagt hat, dass ich mir die Sachen angucken kann. Deswegen habe ich das natürlich logischerweise auch nie getan, weil, ich weiß nicht, die meisten kamen wir hier selber gelesen und die meisten kamen wir hier selber gesehen. Aber dass er denn noch Dinge dazu sagt, ist natürlich... Möchtest du Jesus aufnehmen? Nein, Jesus ist wieder uninteressant. Jesus. Inri, genau. Sein zweiter Name. Hallo. Hallo. Ein Vertrieb. So was gibt es noch, Batterie. Ach Gott, ich hasse diese Kamera so sehr. Ist da, ich seh's nicht. Jessica, bist du das? Warte kurz. Irgendwas mit mir. Stimmt, ich heiße Blake. Wer ist, ich bin vorne am? Isaac? Isaac Blake? Jessica loves Blake. Okay, ja, toll. Also, ich kenne die Fresse von diesen Fahrern hier überhaupt nicht leiden. Ehrlich nicht. Aber von keinem einzigen. Die beiden sind genauso. Fuck off. Das war mein Puggy-Monster. Aber nur der Schatten. Der Rest hat er da irgendwie weggelassen oder so. Okay, Jesus. Ayo. Oh Gott, die sind ja alle so stumm. Ich würde keinem von dem vertrauen. Nicht, nicht ein Zentimeter. Ehrlich nicht. Vor allem ihm nicht. Seht ihr diesen Blick? Ja, 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 ja. Nee. Schon mal creepiger als die Monster hier. Okay. Hallo? Kann ich hier was abspielen? Nee. Okay, doki. Ist hier noch was drin? Nee, naja, okay. No, scheiße. No, scheiße. Okay. Nah, fuck. Kamera. Danke. Ich kann mich falsch erinnern, aber ich glaube, der Raum war eigentlich nicht so groß. Die Kamera auszumachen, während ich wegrenne, ist keine gute Idee. Hey, nein, scheiße. Kacke. Okay, ich schätze, das ist der heilige Ausgang, den ich erreichen muss. Ja, okay, wir laden kurz nach. Wenn jetzt das Muttern vor mir steht. Das ist eine fucking Lampe. Das ist der Ausgang. Oder was war das hier? Faith and History, Christ, äh, alles. Okay. Waren wir zufälligerweise auf einer katholischen Schule zusammen? Kann das sein? Könnte diese gewisse Möglichkeit bestehen. Okay, irgendwas, das ich aufnehmen möchte. Kann tun, nein. Ja, schrei doch nicht so. Oh mein Gott, wir sind nicht psychisch krank. Ja, doch sind wir mittlerweile schon. Aber das liegt an unserem Pfarrer, nicht an unserem Doktor. So eine Pisse. Ich dachte, ich muss da lang. Das war nicht fair. Ich meine, ich habe ihn gesehen, aber ich dachte, das wäre irgendwie so... Das muss so. Das muss anscheinend nicht so. Oder wir haben gesehen, wie der Pfarrer Jessica aufgehangen hat. Nein. Das könnte halt durchaus sein. Wir sind dann auf einer katholischen Schule gewesen. Daraufhin hat der Pfarrer... Jessica hat so weit gebracht, dass er sich selbst umgebracht hat. Und mir haben sie dafür die Schuld gegeben. Daraufhin habe ich Psychosen bekommen. Und mir deswegen in der Irrenansteig gelandet. Also von der Irrenansteig gehe ich nicht ab. Das kann mir keiner erzählen. Der Typ ist nicht ganz dicht in der Birne. Aber... Das könnte unter Umständen begründet sein. So. Pepsis. Pepsis. Immer da. Genau. Geh in den Raum, wo ich die Viecher gerade versucht habe umzugehen. Ähm. Was ich aber einfach nicht verstehe. Der Schatten... Der Schatten war ja auch von dem Monster. Aber der Schatten hat uns wiederum geholfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn er also die Tür aufmacht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur noch verwirrt. Hallo. Ich habe... Ich bin ja mal zumindest Lin gehört zu haben. Kann mir irgendjemand Lin geben, damit ich wieder nach Hause kann? Meinetwegen auch schön verpackt. Ist mir egal. Au. Hast du ein Kreuz im Arsch? Ne, das wurde andere. Das ist aber ein sehr angenehmer Tod. Kapitel. Okay. Das Interesse schwenkt genau in dem Moment, wo... Ah. Kapitel. Okay, aber irgendwie muss man da ja hin. Kann ich mich an euch hochkrittern oder so? Ne. Äh. Tier? Oh, da muss ich schieben. Okay. Tja. Sag mal, wie scheißt du doch einfach wieder zu? Penner. So. Und nur? Das war kack. So sieht es mal aus. Okay. Kann ich... Wo muss ich da mit hin? Danke für die Geräusch, Kult. Ist er da? Okay. Wir machen heute alle ein bisschen was mit Bananen. Bananen sind gesund. Ich fick dich. Okay. Wir sind ja auch schon zu lange nicht mehr weggerannt. Ist das richtig? Wo bin ich? Ja. Nicht nur ein roter Flug. Ja. ja klasse nicht die tür den gang die man nicht lang lassen kann also wir haben und jessica endlich gefunden, subi, freu so wie klasse hi alter der sound ey ja das war zu erwarten aber ich dachte dass die mich das so geil gemacht hab da den ganzen gang einzurennen und dann einfach ins erstbeste klo ich muss wieder raus spiel entscheid ich doch mal ich dachte ich muss mich da jetzt so lange verstecken dass das monster irgendwie keine ahnung wie da von alleine abholt von einer schon nicht hi klar so wie alle anerkennen nein nein i'll never let you go ok ich hätte mir die dinger vielleicht selber zusammenreißen egal you never let me go gut dann würde ich die tür gar nicht erst versuchen weil die wahrscheinlich eh abgeschlossen sind bei der hier bin ich mir nicht so sicher na auch die ist aber schluss ok so dann haben wir das fenster schätze ich unsere einzige möglichkeit zur flucht aber nicht von der seite auch nicht von der seite sondern von der seite ups und dann können wir runter können wir runter ich weiß nicht genau wo wir runter können jeder nicht können wir hier runter nein hier ok mittlerweile artet das alles nur noch im cardio training aus hier äh mir nervt das ist eine gute idee genau jetzt während er da klopft da lang zu laufen möchtest du die türfeuer aufmachen damit er runter fällt möchtest du die türfeuer aufmachen damit er runter fällt hopp äh 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 leider? ne irgendwie muss ich die tür aufmachen zurück springen ist keine option zurück springen ist keine option ok ok muss aber erst wissen so also dann nochmal so runter rüber 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 der Mund ist schon ganz hübsch jaha ich bin doch kein stress hier bitte du haben du hast das der 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 la der 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 oder der 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 Los, komm, mach jetzt. So, da. Ich werde einfach mal testen, weil es mich einfach interessiert. Was passiert, wenn ich bei der Tür stehen bleibe? Und der dann irgendwann die Tür aufbaut und ich da einfach runterfalle. Es wäre einfach zu gut. Nicht, nicht mal mehr ein Klopfen. Schade. Das wäre echt lustig gewesen. Okay. Hallo? Das Feature hat mich noch nie davor bewahrt, dass ich nicht angegriffen werde. Übrigens hoffe ich, ich schreie nicht zu sehr. Das Spiel ist bei mir halt immer ein bisschen sehr laut eingestellt. Weil, naja, Schockmomente und so ein Scheiß. Müssen halt laut sein oder so. Sonst schocken die nicht, weißt du. So, können wir nicht einfach die Rutsche hier runter? Läuft. Okay, also die Mine ist super. Ich würde mich sofort einziehen, wenn mir jemand einen... was er dafür anbieten würde. Also da hätte ich in der Situation jetzt echt nicht dran gedacht. aber okay so hey fahrstuhl einer von zwei fahrstühlen in dem spiel jetzt runter oder sehr schnell runter was wir warten noch wer jetzt erwartet interessant gewesen was passiert ja welche schon vorher lang haben wir sie jetzt ausgetrickst okay was ist los jetzt ich kann nicht mehr rennen ich idiot erholt ich muss und den starken rücken fix ist meine schuld aber ich kann nicht mehr mein herz mein name ist aber herz okay tschüss so kamera wird rausgeholt nicht dass wir wieder eine videoaufnahme verpassen wenn wir unten angekommen sind muss ich gleich mal was sagen was ist mir das kann ein bisschen zu laut ouch wir fallen Geh da, Geh da, Geh da, Geh da, Geh da, Geh da! Oh man, oh man, oh man, oh man. Ach, das ist jetzt wieder wichtig zum Angeben, ja. Na, guck mal, das habe ich überlebt. Finde ich ein toller Hecht. So. Ne, was ich sagen wollte. Also die Viecher und das ganze Setting erinnert mich gerade sehr stark an The Cave. Glaube ich, wo vier oder fünf Mädels irgendwie... Die eine Frau wurde verlassen und die dachten sich so, hey, um sie wieder aufzuweitern, lass uns doch mal in der Höhle gehen. Ja, und da sind ein paar nicht so schöne Ereignisse. Man will ja auch nicht spoilern. Ja, falls es euch interessiert, könnt ihr euch den Film ja irgendwo mal angucken. Ja, ist okay. Zum Einmal anklotzen reicht es. So. Tja, ich habe leider gerade auf die Lampe geachtet. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Kommt hier gleich Karin? Okay, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ich gehe zuerst in die andere Richtung. Keine Ahnung, egal welche Richtung ich gehe, ist wahrscheinlich richtig. Kapitel. Ha, gut, dass ich hier lang gelaufen bin. Und ab, Wasser. Mein liebstes Element. Ja, komm, mach. Könntest du wieder auftauchen? Okay. Warte mal, die Kamera sauber. Das ist ja nichts. Ich muss sagen, das Spiel hat weniger Schockenwinter, als ich jetzt erwartet hätte. Ich sehe da Dreck unten. Ich kann nicht schon wieder in der Schule sein. Okay. Das ist eine sichere Stelle. Also wenn da jemand rausrutscht, dann knallt der mit dem Kopf weg. Da kann ich nicht viel machen. Gut, danke. Was? Gute Idee, genau in die Richtung zu gehen, wo die bösen Geräusche herkommen. Hast du davon nicht mittlerweile genug Material? Jünger, an jeder zweiten Ecke hängen irgendwelche Leute rum. Das ist ja nur nichts Neues hier. Okay, das Spiel möchte, dass ich da reinkrabbel. Ich werde es wohl auch tun müssen. Na dann. Oh, noch eine Taschenlampe. Das ist jetzt schon die gefühlshundertste Taschenlampe, die wir finden. Und der hat sie immer noch nicht aufgenommen. Mal, warum auch. So eine Batterie geht ja auch nie, der. Nee, nee. Nee. Okay, okay, okay. Okay, okay. Du? Ach, nö. Ach, scheiße. Das ist okay. Das ist schon nicht einfach wieder zumachen. Ich will halt nicht. Wenn ich. Ja, wir laden. Waren wir hier schon lang? Oder kommen wir von hier? Hier, Patrick. Hier kann man sich drin verstecken. Ach, Musik ist okay. Okay. Ich muss sagen, Musik zerstört ein Spiel teilweise echt extrem hart. Aber keine Ahnung, es passiert einfach nichts. Nur, dass wir wesentlich spannender haben, wenn man nichts hören würde. Aber okay, Spiel. Mach ruhig deine Musik. Willst du nur noch mal ein bisschen. Willst du Nummer eins oder Nummer zwei? Nummer zwei? Sie sind tot. Ja, ist okay. Aber nicht mehr. Hier rein. Tür auf. In die Richtung gucken. Oh mein Gott, da passiert etwas. Wieder rein. Tür kurz zu. Tick, tock, tick, tock. Kommt er hier durch? Keine Ahnung. Steht wieder auf. Hier durch. Einfach geradeaus. Nee, warte, da war eine Batterie. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein, auch wenn wir es könnten, aber... Nee, hier war keine Batterie. Aber hier kann man sich verstecken. Ach, scheiße, auf die Batterie. Hier durch, da durch, hier rein. Einfach weiter. Ich weiß. Hätte ja sein können. Wenn ihr denkt, ist das eine gute Idee mit einem Gefecht erst mal. Geil! Aber ich meine, wenn er meint, mit einem Gefecht erst mal auf den Aufnahmeknopf drücken zu müssen, ist das nicht mein Problem. Ich meine, warum auch nicht? Ich sehe eh nichts schwingen im scheiß Wasser. Oh, hi. Ich sage euch, ich sehe nichts schwingen im kacken Wasser. Ha! Verfehlt. Du Sack. Fick dich. Wo kommst du her? Aua! Lass mich raten. Der andere Typ ist immer noch hier. Au. Tür zu! Tür zu! Tür zu! Also ich sehe das richtig. Wir müssen es schaffen, beide auf unterschiedliche Türen zu verteilen, damit wir in der Mitte durchkommen. Kann ich mich unter Wasser verbinden? Nee, ne. Hält ja gerade die Däcke mit seinem Kopf hoch. Sehr interessant. Warte, kann man da durch? Nein. Kann man da durch? Sieht ein bisschen gerade danach aus. Hier kann man durch. Wie komme ich denn hier raus? Lass ich mich ein bisschen fragen. Sind die blind? Ich meine, wirklich Augen haben sie jetzt nicht. Wenn man sich leise bewegt, könnte es sein, dass sie einen nicht hören. Erstmal wegrennen. Okay. Du darfst nun aufnehmen. Du hast alle Zeit der Welt. Denke ich. So. Okay, okay. Die Musik auch einfach nicht aufhört. Oh, oh. Okay, warum noch eine Puppe drauf ist. Lass raten. Ich habe ihn in die falsche Richtung geschoben. Ja, hab ich. Ja, gut. So, wir schieben bis zu dem Pünktchen hier. Dann nehmen wir einfach den Schalter. So. Und dann geht er. Und dann kommt gleich ein Monster da raus. Wenden wir. Ah, dieses Geräusch. Jetzt ärgert es mich ein bisschen. Ich würde gerne wissen, was dahinter ist. Okay, einfach nur, weil ich wissen will, was dahin ist. Okay, Kamera. Alles mehr. Schalterchen. Es tut mir leid, aber... Das ist ein optionaler Weg. Den muss ich einfach benutzen. So, kannst du schnell bleiben. Oder auch nicht. Wir sind ein bisschen zu fett. Wir können uns da jetzt nicht durchzwängen. So. Schon ein bisschen Sorge gehabt, dass es vielleicht auch hier weiter geht. Wegen einer Badage. Ah, na gut. So. Und zum dritten Mal. Ne. 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 If you've done something, I want you to tell me. Ah, verdammt. Ich bin nur so spät. Okay, lass mich raten. Die Tür hast du wahrscheinlich zugemacht. Kapitel. Uninteressant. Ähm, nein. Kann es sein, dass unsere letzten... Letzten gefühlten 500... Findungen irgendwie alles nur... Umschalten. Ah. Was kann man denn hier so alles Tolles finden? Wahrscheinlich nur... Evangelium. Ich hab noch mehr gefunden als zwei Zettel, oder wie ich so? Egal. Äh, hier lang? Ah, super. Von Geröll aus schlagen werden. Und ich traue mal auf der Art und Weise zu sterben. Ah. Ah. Ah, das ist schön. Ich meine, von Geröll aus schlagen zu werden, ist nicht so schlimm, wie im Wasser zu ertrinken. Aber es gibt bessere Möglichkeiten zu sterben. Wie haben wir überhaupt Zeit noch zum Nachladen? Ha. Ich weiß es nicht. Oh Gott, jetzt fängt nicht wieder an zu singen. Aha! Oh, be careful, little Eddie. Ne. Aua. Mua, Feuer. Okay, Schatzmann, das ist wichtig und nicht die Spikes im Endeffekt. Okay. Ja, ist ja gut, ich ernähre schon. Hab ich da gerade einen Arsch gesehen? Na, duck dich. Ich hab mir wohl gerade nur etwas eingebildet. Das sieht aus wie künstliches Licht, wenn es plackert. Was hast du gemacht, Lin? Wo ist sie? Wir sind Kreaturen von Appetite. Ich will deine Angst. Ich will deine wahre Gesicht sehen. Deine Stimme wird diese Welt verbring. Wo ist Lin? Okay, it's empty now. Oh, thank you. Okay, super. Oh Gott, ich heim mich mal ganz. So viel Schleim und Gemüx drin, ey. Ist ja ekelhaft. Ich will den nicht wieder raus. Nur gut, aber die Stunde ist schon etwas länger vorbei. Das war Outdoors Part 11. Ich glaube, ich werde das ein bisschen beibehalten, weil das für mich ist es auch praktischer, wie gesagt. Trotzdem hoffe ich euch, hat der Park gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like und ein Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.